Sandra ist für die Ranch verantwortlich. Du machst, was sie dir aufträgt. Ob es Pferde trainieren oder Heuschleppen ist. Ich habe keine Angst vor harter Arbeit. Willkommen in der Familie, Debbie. Alice. Für dich, Miss Dumas. Ich bin Lichtjahre davon entfernt, beeindruckt zu sein. Sie können vieles beim Reiten lernen, aber Sie können genauso viel lernen, wenn Sie jemandem dabei zusehen. Springreiten ist kein Massensport. Deshalb wurde Rollschuhlaufen erfunden. Ihretwegen wurde Rollschuhlaufen erfunden. Wenn Sie wirklich hätten reiten wollen, hätten Sie einen Weg gefunden. Pferde, die man für ein Tausender bekommen kann oder weniger. Und Sie könnten sie trainieren. Wenn ich ein Pferd finde, trainieren Sie mich. Sind Sie wirklich von meiner Begabung überzeugt? Dann unterstützen Sie mich. In Ordnung. Ernsthaft? Wir werden sehen, wie ernst Sie es meinen. Pam, dieses Pferd und ich sind füreinander bestimmt. Ich würde es gern sehen, dieses Pferd. Halt! Das ist meine Mutter, Bobby. Ich habe sie mitgebracht, damit sie Evangelist kennenlernt. 1.000. 1.500 und dabei bleibt es. Äh, äh. Kein Mann wird darauf reiten können. In Gottes Namen, Kenneth. Gebt dem Mann einen Scheck. Debbie Rosen und Kaufmann-Klattes gewinnen den Washington International Cup. Debbie! Wird Debbie wieder gesund? Ihre linke Seite scheint gelangt zu sein. Liebe. Ich lebe auf der Trinity-Fahrne. Warum? Du lässt dich beinahe umbringen. Evangelist braucht mich und ich ihn. Du kannst doch nie wieder reiten, oder? Ich werde wieder reiten. Auf unserer beider Stirn steht Sonntagskinder geschrieben und wir werden es denen zeigen. Aber wenn du da drehst, hast du nur zwei Schritte, um zum letzten Hindernis zu gelangen. Und in deiner Verfassung kannst du einen erneuten Sturz nicht riskieren. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Nach allem, was sie durchgemacht hat und sie fast gestorben wäre, nachdem sie wieder gelernt hat zu laufen. Also zeigen wir denen, was ein Krücken und ein Pät, das für den Metzger bestimmt war. So drauf haben. Tritt unser Mädchen wieder an und wir werden sie unterstützen. Das ist ein Krücken.